Ich mag mal Q-Official. Komm schon, ich möchte nur mal so'n Eibäufisch gesehen haben. Okay, anderes Biom. Biomwechsel. Nee, der Sumpf waren wir schon. Schwefelhöhlen. Oh, die Schwefelhöhlen, die guten alten. Guck mal wie viel Spawner. Kein Fisch in den Längern. Mal warum. Schlecht, erst so schnell. Gut, erstens, ich möchte einen fangen. So, ich möchte auf jeden Fall einen haben. Ab jetzt wäre es mir egal, ob ich einen habe oder nicht. Hey, endlich mal. Gut, das heißt aber, dass wir hier auf jeden Fall gute Chancen haben. Was heißt gute Chancen? Keine Ahnung, aber hier gibt es auf jeden Fall welche. Dementsprechend baue ich hier mal kurz wieder meine typische Fläche auf. Und dann schauen wir mal. Die sind extrem schnell, hey. Wenn die Lover abflitschen, mit den Tränken komme ich hinterher. Aber sobald ich keine Tränkis mehr habe, wird es schwierig. Deswegen lieber dann gleich hier. Okay, ob sie hier einen Fisch, das bringt mir nichts. Oh, ich glaube ich wieder ein bisschen hoch. So. Weiter geht's. Irgendwie, dass ich da vielleicht mal eine Loot-Chest oder so. von Lucrate bekommen. Und ich glaube auch noch nicht. Okay. Muss umbauen. Ist das stressig? So. So, jetzt hier hinter. Respekt. Dann fliegen die safe rein. Aber safe ist das auch nicht. Da mach ich mal. Ich mach das hier. einer beziehung zwei werden noch sehr sehr wichtig wird dann hätte ich die chance zum glas schon mitzumachen nichts ich denke ich noch habs lipsen ich dann darauf platzieren eine schüssel schüssel schlüsselle und piepsler springen aber alle raus alles nicht so ließ geräte und auch wieder weg habe ich selbst irgendwie zufällig slips dabei ok hier nehme ich habe mich slips So. Und weiter geht's. Also, ich hoffe, dass es weitergeht. Ah. Kannst du ihn mal raus jetzt, gell? Ich hoffe, dass es weitergeht. Ja, wie ist er da drüber gekommen? Das ist wieder ein dicker. Kannst du gleich an meine Angel? Okay, schade. So viel. Da sprengt auch drüber, es gäbe es kein Morgen. Das klar. Ich dachte, jetzt mit den Hubslabs habe ich die Wohnung. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Einfach nur zufällig Glück mit dem einen, glaube ich. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Komm her. Komm her. Nuh. ... ... ... ... das ist auch so dämlich das ist schon geschafft das stimmt was mir da auffällt das ist dämlich jetzt ist es egal aber ich kann das ja auch einfach ins tiefer bauen naja trau dich kommen halt man schon jetzt bitte ich dachte hier wäre gutes bio ich habe die einrast funktion aktiviert nein warum denn ihnen habe ich genug ich weiß nicht mal was lavaglas mir bringt ich habe einfach der hoff die hoffnung dass ich durch lavaglas kina durchschauen kann ich brauche noch ein in der auge kann ich zerlegen ich heile ich heile zerlegen kann ich zerlegen verabschte mich wenn das geht dann mache ich den schmalen also erst mal hier das zeug hier rein haben das war jetzt nicht und wenn dann sogar gleich das ist nicht ist nicht im brüchen wir haben uns noch im wirklich zu jetzt hätte ich wahrscheinlich ich habe wahrscheinlich ich habe jetzt genug was kann nein ich meine es kostet mir halt level ohne nein 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 und noch ein ok ist klar ein steckler war klar ich habe ein steck klar war klar ist wenn ich die ich nehme den mit den und den ich werde mehr lava brauchen schlecht aber ich kann ja schon mal anfangen nein kann ich nicht dann nicht anfangen weil ich brauche noch einen passenden boden dafür was wäre denn da besser als diese redstone sand redstone sand dann brauche ich etwas für den rahmen ja und immer die weil warum nicht so dann gehen wir hierher so machen wir es so jetzt reicht das natürlich wieder nicht weil warum auch wie mache ich jetzt sonst ich weiß es nicht mittlerweile wieder vergessen redstone sand sand und redstone sand und redstone redstone dann brauche ich denn jetzt reikt aber wieder zurück so möchte glaube ich hier auch rand haben weiß nicht reicht das brauche die alle welt hier der boys sind wieder zurück leute und weg und weg und weg und weg und weg so wie wäre es wenn du ein bisschen leiser schnauzst ich versuche mich hier zu konzentrieren lava aquarium jetzt hier ich gehe mal kurz auf die fortschritte wo ist denn das hier ne place down a lava glass block and start building your own lava aquarium fish all the fish from the depths soul sucker searing 1 fehlt mir da noch sonst habe ich alle all lava plants ja die 2 konnte ich ja nicht abbauen pain and i boy fish to explore pain and i boy fish to explore aha ok ok klar das sieht jetzt extremst doof aus mit dem glas aber es ist mir eigentlich egal wenn es funktioniert doch nur halt aaaaah aaaaah viel an lava mega mega hab ich das platziert man kann durchschauen es ist tatsächlich so saugeil sehr sehr nice so und äh weil ich heute wie schon des öfteren gesagt habe dass mir einiges egal ist das ist das ist das ist das ist wenn ich nichts wenn ich nichts ja 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 das wird ja jetzt richtig stressig weil die sich ja nicht verbindet schauen wir mal wie das wird schauen wir mal was wird ja 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 wo sind die tränke wo sind die tränke wo sind die tränke wo sind die tränke das ist mal ohne spaß weil ich die tränke bin ich weiß wo die sind ich weiß wo die sind ich weiß wo die sind Untertitelung des ZDF, 2020